Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spielen wir Fernbus Nominator und heute fahren wir von Köln nach Bonn. Und dann nehmen wir uns gleich beim Bus. So, dann bin ich jetzt hier bei meinem Bus und ich fahre direkt an alle einzig checken. So, dann noch die letzte Person. Alle hatten das richtige Ticket. Ich steige mich nahe und fahre los. Und fahre dann an zu versuchen, nicht so viele Umfälle zu bauen. Aua. Dann gehe ich mich weiter. Und so, ich muss hier lang. Und dann fahre ich weiter. Und dann wollte ich... hoffentlich sollte mir hier kein Auto vergehen kommen. Und ich muss weiter nach Bonn. Also ich kann ja weiter geradeaus langfahren. Dann fahre ich einfach die Straßen lang, bis ich bei Bonn anfange und versuche nicht so viele Umfälle zu bauen. So. Ich bin schon fast da. Und... Ich bin schon fast da. Und dann... Ich bin schon fast da. Und ich bin schon fast da. Und das geht dann wieder ab. Ich bin schon fast da. Und ich bin schon fast da. Und da... Hier geht gar nichts ab. Und dann... Ja! Ja... Ja, ich kann sehen, dass es einen schweren Unfall gibt. Ich kann sehen, dass es einen schweren Unfall gibt. Ja, darum. Ich schiebe mich erst mal im Moskauhaus und dann sollte ich gleich anfangen beim Ende meiner Strecke. Ich kann auf jeden Fall verstehen, wieso es dir gleich recht wichtig ist. Dieses Auto hat anscheinend eine Ampel mitgenommen. Ich muss drehen. Leichter Umfall? Ja, immer noch. Ich muss drehen. Das war's. 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 Das war's.